Camillos, die Faltsandale aus Münchengosserstädt im Weimarer Land. Bereits im Jahr 2013 konzipierte Camillo Drexler seine neuartige Sandale und wurde mit ihr für den Thüringer Innovationspreis nominiert. Die Camillos Faltsandale lässt sich in Nullkommanix zusammenfalten und ist besonders leicht und platzsparend zu verstauen. Es gibt kein störendes Hindernis zwischen den Zehen, das wunde Stellen verursacht und auch mit Socken ist sie bequem zu tragen. Mit unserem Online-Shop bestellen Sie einfach und schnell und wir senden die Camillos Faltsandale direkt zu Ihnen. Als idealer Werbeträger bedrucken wir die Camillos mit ihrem individuellen Logo, Foto, Website und vieles mehr. Dabei arbeiten wir mit einem starken Partner zusammen, so dass es keinen Farbabrieb gibt und Sie lange Freude daran haben. Die Camillos Faltsandale eignet sich perfekt als Gästehausschuh, Badelatschen im Schwimmbad oder der Sauna, Schuh für einen Krankenhausaufenthalt oder als Alternative zu Zehensandalen. Überzeugen Sie sich jetzt selbst von der innovativen Faltsandale. Die Camillos Faltsandale. Die Camillos Faltsandale. Vielen Dank.